hallo und herzlich willkommen zu let's play transformers fall of cybertron multiplayer ich habe mir ein paar fans geschnappt wir waren mal sechs leider ist bei dem sechsten das spiel will nicht mehr starten so ein bisschen so wie bei mir bei prototype deshalb machen wir leider nur mit fünf weil irgendwie möchte ja wohl keiner mit uns spielen es antwortet keiner also machen wir zu fünf einfach mal sag mal hallo schreien ja genau einer hat einen neben sich sitzen zufällige teams voll auf die fresse ich hab ja mal zerstörer gespielt dann spiel meinen filtrator jetzt habe ich ja versprochen dass ich das mache wieso geht denn nicht los ach ja das ist das ja man muss ja erwarten warten und wir müssen jetzt gegen selbst spielen also schon einer level 22 mit dem tank alter vater ich habe das vorbestellt das ist wir kriegen jetzt hier voll auf die mütze das glaube ich auch aber sowas von der infiltrator ist aber die waffe ist nicht so cool für sich einigermaßen gut wird selbst du wirst untergehen ich krieg ein bisschen auf die fressen kann ich reparieren da oben rechts war ja ja wir wissen leider nicht wo ihr seid ist besser so ein bisschen angst hat er gleich von hinten hier unsichtbar kommt und mich voll wegmetzelt kommst du nur darauf ist ja nicht so als hätten wir unsichtbarkeit als extra ja wo seid ihr denn wo bist du hab ich selber auch noch verloren ne aber spieler kann sich ja gegenseitig ordnen und sie ist auch so ein bisschen ähnlich wie in minecraft dass man die namen sieht da hinten flitzt einer rum dann weiß ich wo du bist dann weißt du wo ich bin ja oh gott glaube ich nicht wir haben nur einen flitzt da ah ja bist du immer noch den infiltrator sepp ich bin immer noch infiltrator ja wenn man nicht gekillt wurde kann man auch noch gar nicht die klasse switch man kann zwar die nächste klasse auswählt aber noch nicht die klasse switch und das ist bin ich ein bisschen scheiße bin ich bei tribescentern besser gemacht ist ja bei battlefield auch so dass man nicht wechseln können aber bei tribescentern kann man auf solche stationen gehen und da kann man oh jetzt ist wirklich ein bisschen leer waren wir alle die ganze zeit im kreis kann sein anscheinend ok also morgen um 15 uhr laden wir nochmal ein also sonntag um 15 uhr und leider keine zeit vielleicht wird da dann was geordneter und wir kriegen ein paar mehr leute zusammen ja das will ich auch gern sehen wie das mal abgeht dann mit ein paar fans ob die besser sind als du wahrscheinlich ich finde überhaupt das glaube ich jetzt nicht so unbedingt ich glaube das ist doch scheiße wo seid ihr denn alle ja wir suchen dich also ich bin hier in der mitte ich glaube jeder sucht dich ich bin auch in der mitte wir sind alle in der mitte und trotzdem ja alle ähm findet man sich nicht sag mir mal wo leben ist 0 2 steht da oben links oben war der links oben war der jawoll schön da kommt da kommt oh mein gott jetzt geht's ab ach du scheiße oh jetzt geht's abseh jawoll weißt du noch wo sie sind einer ist hier noch unter mir ja jetzt kriegst du auf die fresse scheiße wo ist der jawoll 3 abschussserie haben wir nice wer fliegt denn hier so rum das wäre dann wohl ich rocket man da 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 cool da hat einer den lino das bin ich nice job sep ja hat er mich einfach weggeschnetzelt mit seinem schwert spaßbremse juhu geht doch so aber ich bin so dran auch ich brauche mal leben ey so scheiße was seid ihr denn jetzt da wo ist denn wo ist denn nichts da und da ah du hast mich grad gerettet kann ich sagen ja bitte ich bin so weiter selbst schnetzeln genau ich bin grad ok warte ich kann nicht heilen komm her in hinter dir ah was war das denn oh mein gott ey das war mein sentry danke alle kommen sie ey die bekloppten kann ich auch heilen da kommen sie alle oh die scheiße so jetzt komm jetzt ja ja nochmal rein nochmal von uns einfach reingerannt die schweine ja so läuft das naja einfach rein gerannt die schweine naja wir sind beim nächsten mal warum sollt ihr denn jetzt hin aufpassen ich hoffe die laufen alle drei zusammen jetzt fliegen rum jetzt fliegen rum naja was man ebenso als jet macht auch ich hoffe auch die werden angegriffen nein naja wir sind gegen eine wand geflogen nein nicht auf sepp komm reparier dich ja nein da ist er da ist der seppige seppige sepp sepp nein wieso hast du denn nicht so viel schaden von meinem scheiß shotgun ding gekriegt wir haben noch zwölf leben ah ne das ist ja frech nein 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 töt ihn jawoll schön naft aber auch oh god oh schade wir sind sepp töter ich suche sepp kill den sepp hau den sepp also wenn mich gerne killen möchte morgen wieder wie gesagt dann habt ihr die chance mich zu töten warte ne frage wird die folge eigentlich denn heute on kommen äh die geht heute online ja hoff ich zumindest sonst musst du die morgen noch hochladen alter die shotgun die kann ja gar nix ey naja ja warte ist sepp wave ich komme und kann nicht operieren oh oh ich muss mich selber heilen kann ich nicht hier äh da Charakter wählen ja stecken Leute nehmst du sepp äh wissenschaftler sehr gut aber aber gleich erst ach komm schön jünger jünger oh das war aber schnell oh also irgendwie mit der shotgun kommen wir hier nicht so gut klar ja mach den infiltrator ja diese runde noch nicht auf der nächste runde oh nein also der wissenschaftler ist nicht weiß allerdings finde ich dass der extremst kacke ist wenn man kein upgrade dafür hat mein spiel startet leider nicht ja los jetzt noch ein flugzeug ach scheiße erster kill immer wurden wir von sepp noch nicht getötet ja ja wundert mich aber auch doch wir haben dich dreimal getötet oh die kommen jetzt bestimmt hier wieder ja sepp wir kommen von hinten ja genau ich will auch einen schrauber haben ähm kannst du auch einen schrauber haben doch leider muss ich ihn kaufen also nicht mit der aber schade er müsste eigentlich tot sein oder nicht der hinter dir oh gott alter wie viele schrotkugeln der aushält ey sepp ich klau dir ja die keils tut mir leid ne das ist voll okay hauptsache der stirbt ja das finde ich nicht so gut okay aber es ist mir auch scheiße also ey ja so jetzt so richtig ich hab's so richtig und jage dich und fange dich und töte dich vor allem was wir den töten das gefällt mir ich höre hier doch irgendjemand oder nicht sind sie irgendwie alle in der mitte sieht's aus oh ja ich seh das da ist der andere da hinten ne wo ist der ne oh und in der mitte nice verdammt oh da hinten der aimt aber ganz schön nein aus geh lieber weg oh gott weißt du grad mein schild down hab noch kein damage gekriegt aber mein schild ist down ach oh jetzt haben wir nicht gesehen ja die schweiner ah nein das ist schon tot ich klau dir mir das ding und hinten kommt einer um ach scheiße danke leider leider zu spät ach fack 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 nein 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 gekriegt jetzt nicht ach ach so jetzt bin ich mal hier der Tila der wissenschaftler ach der macht mich voll fertig ich weiß auch gar nicht was los ist gerade die haben nur 10 kills und die 16 ja ach was die machen uns echt grad voll am Arsch alter ach der war nice hammergeil naja vielleicht der medic hat ja voll die snipe waren hätten vielleicht nachher sein ok jetzt muss ich mal snipe annehmen wo ist er hin ich bin wieder weg mein spiel funktioniert nicht schade ach weniger nice tschau tschau oh tschöö oh mein gott wo 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 ich red die helften in der Mitte ja ich knapp so wie jeder ist in der Mitte ich nur noch die Rakete gesehen hab nicht mal die Rakete hab ich gesehen oh oh Gott Hans deiner hast du grad ja schon der spielt ja grad alles nein mach doch auf in der Mitte ist einer boah sehr gut verdammt weg mit einer Rakete wir leben immer noch also du hast uns nicht gekillt ich glaub da was ist denn Hans gekillt ja ich du hast mich gekillt nur ich bin immerhin positiv mehr wollte ich glaube ich gar nicht bei dem Spiel oh ich kriege Schaden das ist das denn für Quatsch ja jetzt mach ich mal in den Felder schon mal nicht mehr oh what the fuck schön nice oh ach man kann einen wegschubsen quasi ja das ist mich grad er ziemlich erschreckt noch vier Minuten komm schon nimm dir wieder den Ding air raid extra ab extra nicht aber der Sepp ist auf ja wir haben uns gerammt komm da bist du da bist du da komm ah Rakete weg komm schön oh Gott woher da oben nice beide kommen nein ich hab keine Muni mehr komm schon komm schon gib auf shit überbruch ich stirb oh nein Arsch alte Nachladen nein boah Mist oh ich hab noch 10 life oh ein Lack muss man haben ey das war nur ne Fleischbrüder stopp stopp hier oh ja das war echt knapp ähm ah ja danke so ok so ok der ist Muni und dahinten ist life das Verwandeln in die Flieger finde ich ja immer noch ein geilste ne ja aber ey ich finde Shockwave verhandelt sich nicht so geil also die Verwandlungsform ist geil aber Friedrich verwandelt sich nicht so gut aus NIIIIIIIIIIIIIIIIIN oh mein Gott da habe ich richtig geträcht jai nice richtig auf der Strasse Junge glaub ich wechsel nochmal mal Gründer ist hier im Channel, der macht, äh, hat auf Dauer senden, und, äh, tauschen. Der verletzt mal. In was wechselst du, Sepp? Ähm, gleich wechsel ich. Ah. Kann ich nicht. Da, links war einer. Hm, die sind schon hinter dir. Ja. Muss ich jetzt nicht so sagen. Nein. Oh! Ja, danke. Ne, ich bin gerade so, so ein Mini-Auto. Ich bin gerade so, so ein Mini-Auto. Ich bin gerade so schnell. Nein! Schade. Wäre ich recht? Oh! Schon lieber. Oh! Ja, schön. Meiner hat mich gerecht. Oh, einer hat eine Aufladung. Die werde ich brauchen. Komm schon. Mitnehmen, was geht. Tsch, 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 tsch. Wo bist du, Sepp? Ne, weh. Mio. Sag doch mal, wo du bist, Sepp. Ja, dann kriegen wir das. Äh, ich bin gerade links. Links von wo aus gesehen? Von mir. Boxfield, könntest du bitte das Sauer-Sendung abschalten? Ja, willst du mich verarschen, ne? Links von dir aus gesehen? Das könnte überall sein. Boah, da wollte er mich messern, die Sau. Sau? Glaub ich. Oh, da hat er das Leben gemessert. Shit. Verdammt. Aber schön. Mein. Gerecht. Schein ein Pro im Team zu haben. Oh Gott. Bei Leute. Uiuiui. 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 Ich bin es auf der Sonne in der Baderablauf. Ja, das ist natürlich auch ... Er hat das gerade nur Steintracht bekommen. Schön. Weiße. Boxfield, könntest du bitte das Mikrofon ausschalten? Okay. Uiuiui. 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 Uiuiuiui. Uiuiuiiuui. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiuiuiui. Sorry, falls ihr was gehört habt. Ah, er ging. Der Mann, ich komm zu dir. Ich heil dich. Boah, das wär gut, ja. So, alle Kills, die in der Zeit gemacht wurden, wurden vielleicht gezahlt, aber nicht gegen mich gewährt. Schön. Da, noch so ein fliegender Typ. Und schon wieder ab in deinem Messer. Den habt ihr so richtig zu erlissen, ne? Alter, der ist vielleicht in alle Einzelteile kaputt gegangen. Ich hör das schon wieder, irgendwen. Verdammt. Ist jetzt das Spiel vorbei, oder was ist? Ne, noch ne. Ne, ne. Der hat nur gerade einen Verbindungsfehler. Boah. Oh, nur noch vier Sekunden. Was macht der denn hier? Ah, ich brauch doch mal eine Einladung. Verdammt. Wir haben gewonnen. Nein, wir haben nicht gewonnen. Scheiße. Doch, wir haben gewonnen. Doch, wir haben gewonnen. Hammer geil. High five, Sam. So, ich brauch doch mal eine Einladung. Ja, dann starten wir in die nächste Runde. pun. Ja, wir haben noch weiter erhöht .